Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Heute gehen wir rein mit Jacob und Esau. Und dann lass uns mal schauen, was uns so hier begegnet. Ja, ich habe mal eine kurze Frage, beziehungsweise es ist eine kleine Interaktion, die ich gerne von euch verlangen würde. Sag ich mal, das war verkehrt. Und zwar würde mich mal brennend interessieren, wie viele Leute das hier spaßig finden und mir vielleicht einen kleinen, aber feinen Like dalassen könntet. Das wäre super sweet. Das wäre wirklich ganz, 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 ganz hervorragend. So, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich muss gleich, äh, los. Bisschen was tun, ne? Ah, ey, ey. So, 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 meine Damen und Herren, so, so, so. Jetzt mach mal bitte den Backstabber aktiv. Äh, äh, ja, Bombe nehme ich, äh, wollen wir mal gucken im Shopo Wino. Hm. Hm. So, eben raus, wieder rein. Und lass uns mal hier luen. Was haben wir hier und noch mehr Münzen. Dann fehlt mir ja nur noch eine Münze. So, dann hab ich schon mal Mapping. Ein bisschen Mapping hat noch keinem geschadet. Da, ich mach, oh. Ne. Leider nein. Obwohl, ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da vielleicht... Äh, Laboum? Eine Bombe bitte? Wär, wär das möglich oder wie sieht das aus hier? So, so, es hat nicht so hingehauen, wie ich das wolle. Machen wir mal da drauf, dass hier noch eine Bombe drin ist. Ausgezeichnet. Es ist alles very risky because of Dinge. No? Äh, ja, komm. Wir machen jetzt keine... Experimente. Ah, das reicht sogar. Das ist gut. Gut. Okay. Ah, den will ich... Ach, Leute. Muss das sein. Ich mochte es nicht. Oh. Das ist okay, so. Wir gehen weiter. Das ist auch gut. Das ist, äh, von Tostik, sag ich mal. Von Tostik. Das war dumm. Das war auch dumm. Aber das ist okay. Äh, wir kriegen was wieder. Was haben wir denn? Damage ab. Äh, ich hab gar keine Bomben mehr. Okay. Geht weiter. Geht weiter, weiter, weiter. So, hier unten könnte vielleicht... Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab... Ich hab... Das Feuer vergessen. Oh Mann, ey. Job. Äh, Itemraum. Okay. Okay. Nix dabei. Was ich haben wollen würde. Äh, ja. Okay. Aha. Ey. Blömmel. Okay Ah, komm, geh weg Ihr auch, bitte Danke, danke, danke Alle bitte einmal weg Danke, danke, danke Ja, moin Was gibt's denn hier so schönes? Äh Den nehme ich mir mal vor Das nehme ich mir auch vor Boah, eine Bombe wäre jetzt echt grandios Ach, da ist eine Bombe Ja, das wusste ich Und Äh So 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 Wir sollten hier mal ein bisschen aufräumen, finde ich Ja Geht doch alle weg Äh Ja Ja Ja, 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 ja. Äh, du, 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 du. So, dann können wir hier nochmal eben. Obwohl, ich könnte es mir ein bisschen einfacher machen, indem ich es hier mache. So. Gut. Gut. Gibst du mir einmal den Magic Mush, bitte? Dankeschön. Nein, okay. Mutti Mega. Stimmt. Äh. R1. Jawohl. Ich habe beinahe vergessen, dass das funktioniert. Wir nehmen sie. Dann gehen wir alle Räume nochmal durch. Was soll das denn? Nein. Ähm, ja. Oh Gott, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Das ist doch alles fabulös. Das ist doch fabulös. Schade, 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 schade. Aber weil die Gates. Und jetzt, ähm, Curse of the XL, bitte. Und jetzt, ähm, Curse of the XL bitte. Das war so nicht geplant. Machen wir mal. So. So. Zweite Spritze. Vielleicht gibt's Gappi. Vielleicht. Was bist du? Irofant. Save, Alter. Save, Ole. Dann gehen wir hier nochmal durch. Hier gehen wir. Das war dumm. Welch ein Fauxpas. Lohnt nicht. Genau, machen wir mal ein bisschen schneller hier. Ist es jetzt oder nicht? Doch, ist fertig, ne? Naja. Solange hier jetzt keine goldene Bombe auftritt, bin ich vollkommen zufrieden. Fünf. Ihr hättet gerne fünf. Dies ist, äh, A2. Komm, geh mal. Ja, und? So, so, so. So, so. Ja, gut. Warum hat der die Tür da links eigentlich nie aufgemacht? Naja. Naja. Du, 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 du. Oh. Hey. Spektral Tears Up, ja moin, nehmen wir mit, Dankeschön. So, goll, aber immer noch nicht das, was ich gerne hätte, na? Und, let's go. Gut. Du, 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 du. Ups. Sehr gut. Sehr gut. Weiter geht's. Viele Steine, bitte. Dankeschön. Das war, ja, das war zu erwarten. Das war nämlich dumm. Was gibt's hier? Oh. Oh. Warum denn? Ich glaube, oben links. Ach, was mach ich denn? So. Wir gewonnen, so zerrungen. Jo. Okay. Okay. Wo kommen Sie denn her? Sehr gut. Obwohl. Die, äh. inhabittelududududududududududududududu. Ach, Leute, kommt schon. Nee, 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 mit dem Batteriezustand ist jetzt egal. Haben Sie mich verstanden? Ja, nee, gar keine Lust, aber gut. Bisschen Zeit habe ich. Oh, 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 oh. Komm schon. Was haben wir hier? Nee, das ist was. Was machen sie denn? Gott. Okay, wir machen das. Pass auf, pass auf, Leute. Pass auf. Wir machen das so. So. Wir gehen ein bisschen nach unten und. Ich habe gar nichts ausgegeben. Ja, es macht nichts. Warte. Damn it. Damn it. Das ist unten. Bitte. Bitte. Ach, ich bin falsch. Weiter, 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 weiter. Muttern. Ach, Muttern. Muttern. Ja, okay. Whoa. Nein. De- Devil Deal schon. Alter. Können wir damit aufhören? Isaak. Äh... So, ne? Jawollo. Was haben wir denn da? Die Frage ist natürlich... Komm, wir machen das. Wir tricksen mal das Spiel ein bisschen aus. So. Attacke. Tschüss. Damit hat er nicht gerechnet. Äh, genau. Da ist noch ein Goldraum, den ich gerne für mich beanspruchen würde. Und dann, äh... Ja. Schau mal da, ein blaues Licht. Und was kann es? Es leuchtet blau. Nee, fühle ich nicht. Aber das war's auch, ne? Mehr gibt's denn nicht zu holen? Shop, hab ich. Ja gut. Dann lass uns mal. Au. Links, rechts? Links. 100 cm links, oder? Nichts. Huch. So, so, so. Limmels. Sehr gut. Ja, eigentlich brauche ich das nicht mehr, aber gut. Ja, gibbik. Ja, gibbik. sehr gut okay nein, kein Soulheart ja, 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 ja so reichet mir die Penunsen äh, Penunsen äh, die ist, ihr wisst schon ja, machen wir mal ihn hier sehr gut weitermachen ach, ach du hier ach, hör doch auf ach, hör doch auf das mag ich beides kannst du mich mal kreisweise anmachen hm, bitte ich hab nichts gesagt äh, ist okay wir probieren's aus probieren, lieber studieren ja, ja attack oh, nice mapping äh, äh so ist richtig hab ich schon mal erwähnt, dass ich überhaupt gar keine Orientierung habe in Spielen mal gucken wann ich ankomme wir machen erstmal so und hoffen, dass da irgendwo ein Tinted ein Tinted Rock ist natürlich nö, 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 nö hab dich hab dich hab dich aber wir haben Fliegen so, so, so und so die Axt ist erledigt kein Tinted Rock nope ach, nö ach, dankeschön oh, das ist unten rechts hab ich beinahe übersehen aber nur beinahe schreie 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 bellybutton hm nix chattis gut schreie 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 Jo. Ach, Menno. Ach, Menno. Was haben wir hier noch drin? Ja. Alrighty. Habe ich euch ausgetrickt? Au, au. Ihr habt gar nichts gemacht. Das war doof. Ich hätte besser. Weil wegen, ähm, ja. 100%ige Double Deal Chance. Ihr habt eine hohe Chance. Da, 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 da. Ah. 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 Oh Gott. Wie seid denn hier drauf? Scheiße anscheinend. Ah ja. Das ist ja ein perverser Raum. Der, der ist... Der ist mir neu. Hier war der, ne? Ah. Nein. Oh, not again. Alter. Ah. Muttis guten alten Patschelhändchen, ne? Ernsthaft, den, den Raum hab ich noch nie gesehen. Kam da irgendwie die Tage ein Update raus oder so? Hab ich irgendwas... Hab ich was nicht mitgekriegt oder war's? Ey. Bleiben Sie mal ruhig hier. Dieser Ack. Sehr gut. Ja, sieh, es blutet. Jetzt kann man... Ja, genau das wollte ich. Alrighty. Alrighty. Nee. Nee. Ich wollte doch nur... Okay. Wohin? Äh, äh... ... Bapadubidu. Skapadudu. Oh, nee. Wir machen mal... ...äh... ...hier hin. So. Sehr gut. Ist erledigt. Oh, das war gut. I guess. Oh nein. Leider nein, leider gar nicht. Okay, weiter. Ach da. Oh. Komm, Feuer, 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 Feuer. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, okay. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem exzellenten Weg. Wir sind auf keinem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Ihr habt doch nur ein bisschen Spaß gemacht, Leute. So, jetzt sammeln wir mal schön die roten Herzchen hier ein. Exzellente. Oh, it's you. Oh, it's you. Nice. Okay. Das ist. Oh, die K. Okay. 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 Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bitte. HP ab. Ach so, da, okay. Ja, komm. Sehr gut. Oh mein Gott. Nein, 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 falsch, falsch. Das war. Give mir Soul Hearts oder so. Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht, was ich habe möchte. Okay. Der Raum ist ziemlich lang. Nein, nein. Ja, schade, aber vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl und naja, ich sag mal so. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.